kann man mal weitergehen ich bin das ist ein sehr schönes spiel das ist mal normalerweise mag ich eigentlich keine mehr schatten kann man sehen wo es hinfliegt normalerweise mag ich keine spiele zu annehmen ist weil sie sind da toll ich weiß nicht sie werden nach einer zeit einfach irgendwie langweilig das spiel das ist sogar richtig geil noch die meisten anime spiele sind auch nur so wer ist das einfach nur beat em up das hat auch ein bisschen rpg ein bisschen action schon wieder kommen wir bei meinem eintrag nicht in die quere ja das finde ich das ist eine schöne abwechslung zu einigen anderen spieler sind das party table wird das auch machen im ersten teil der kombo gelernt das ist ja noch was nein wo ich jetzt gerade stehen geblieben sollte ein bisschen besser als action rpg statt einfach nur die thema ab jetzt aber nichts machen es ist einfach so zu verhandeln ich hätte dass sie mit dem brief zu tun ich glaube das sind puppen die sich verwandeln rafi du weißt so viel natürlich ist auch hier weiß vieles ok mein rasenmäher hat mit dem bambus nieder palette upgrade 1 perfekt der palette können wir nachher mehr sachen im inventar eigentlich im inventar doch im inventar hier tragen naja das ist gerade ein bisschen begrenzt wenn wir jetzt so viel haben müssen wir es dann immer auf zum schiff bringen weil wir können aber nicht aufnehmen und ja ja mit dem upgrade können wir halt ein paar sachen mehr sagen wo du darfst wieder baumfäller spielen moment bevor das sind irgendwas böses macht mal sehen wir sind noch was noch mal wechseln naja im endeffekt ist eigentlich auch ein unter anderem ein beat im abgeben nur halt in ein bisschen mehr 3d mäßig wenn man die ideale holen die brauchen wir noch neue action rpg bieten auch so eine mischung aus allen was kommt hier raus hey raffi der bambus den du hast jetzt sehr flexibel sagt er mal her damit könnte ich wirklich was anfangen hey der geht mir komm schon her wird dir gefallen ja eine angel und wir haben schon mal alle teile dafür die wir brauchen deswegen habe ich auch hier die ganzen bambus und so gesammelt und dann auch für die angel so und die stelle müssen wir auch nebenbei überall finden nur gegen stein steht was herabend ließ mal vor der baum beherbergt gedanken vor langer zeit erschaffen aber niemand weiß mehr was wann genau ist der großbaum sein den wir in der mitte gesehen haben schaffen jemand hat so ein riesending gebaut wenn man das glauben kann aber diese unbekannt zivilisation hat zweifelos existiert jetzt aber doch wieder pause machen der kommt nachher auch noch anders mit so will ich auch auf jeden fall wenig ein bisschen vernachlässigen werde würden wahrscheinlich also vielleicht frankie sein und brug wohl auch weil mit den beiden kann ich so sehr robben chopper wahrscheinlich ich später auch und die anderen auch halt alle halt nur frankie und brug mit dem kann ich nicht so gut kämpfen deswegen noch mal gucken ob ich da noch wirklich so viel machen ich muss mit linse neuntes brauche ich doch irgendwas oder da war die linse so halt nur noch dass da man sieht hier so kann man noch vieles mit machen alle haben wir noch viele andere sachen machen so hoch das ging hat mich gesehen ich habe alle töten befreundet bevor ich von dem ding erstmal 3000 meter in den boden gestampft werde okay jetzt habe ich nichts daraus bekommen aber nicht schlimm jetzt mal hier hoch geben erstmal hier hoch und hier rüber ich habe auch sagen auf dem blumenfeld ich habe noch ein bisschen nektar ich glaube da brauchen wir auch für irgendwas bestimmtes aber ich weiß gerade nicht mehr für was das muss ich mal gucken was auch mal hier vorne ja da gibt es beim kümmern zu machen da ist noch nicht gleich das ist noch etwas weg noch mal das nektar wieder sammeln aber was brauche ich hier im sekt mit fangnetz gefangen ja einen sekt brauchen war was ich nicht habe muss also ein fangnetz bauen diesen zwei steinen sollen ja den schöner jetzt können wir erst bevor es nichts machen deswegen werde ich erstmal noch mal kurz zum schiff zurückgehen und überlegen wie ich wohl im moment noch mal kurz wo ich glaube da oben war doch noch was oder also wenn man das fangnetz bauen kann dann muss ich das darum finden auf dem schiff ach ich bin mir grad unsicher ich bin hier mal ein bisschen um ich glaube sonst war ja nichts ne ne guter gewässer zum schiff holt das ist das kann man sich recht gut abkürzen hier das war in dem wir einfach hier vorne runter springen noch nicht hier vorne runter obwohl die kinder kann ich auch noch schnell machen party table ja jetzt haben wir das auch viel länger macht auch toll verlassen den 1 hat sich auch noch noch auf level 4 wenn er nicht noch an der tag verstößt und einfach weg so hier kann man abkürzen fast am anfang gelandet los kommt live hier 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 weg stirbst oder nicht fast das kann man dann sehen wie viel das noch braucht perfekt so sagt und haben wir den dritten das ist natürlich auch viel stärker so so ouch muss ich jetzt mal gucken kann er denn noch ein paar sachen erlernen noch ein paar die sprints die sprints attacke können wir noch erlernen für die spezielle attacke brauchen wir noch ein bisschen was ok da macht ihr später die sprungattacke weil dann habe ich schon mal mit samt die alle attaquen gelernt das ist ja auch schon mal einiges mein wort mit going on board wenn ich ein bisschen um ich kann jetzt noch was bauen erst mal da genau ich kann die angel erstmal bauen ja jetzt der glitzer zack wir haben eine angel bekommen dann in die item tasche soll jetzt nur angel upgrade und angeleinen upgrade machen ich habe einen angel gebaut waaah ich dachte, dass du gebastelt boah, lass uns das auch etwas angeln du kannst ja überall angeln du musst eine Stelle finden wo Fischer sind aber da gab es ein paar Stellen dabei